Wie das Mädchen ohne Namen doch noch einbekam Von Lapskowatzki Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die waren so arm, dass sie, als ihre Tochter zur Welt kam, dem Mädchen nicht mal einen Namen geben konnten. Als nun das Kind herangewachsen war und zehn Jahre alt wurde, da begriff es, was es bedeutete, keinen Namen zu haben. Die Leute im nahen Dorf lachten es aus und sprachen, hat man so etwas denn schon erlebt, dass einer keinen Verstand hat, das kommt nicht eben selten vor, aber dass jemand keinen Namen hat, das ist schon recht komisch, wo doch jeder Vogel und selbst jeder Käfer einen Namen besitzt, damit man weiß, was es ist. Traurig, keinen Namen zu haben, liebt das Mädchen von zu Hause fort, geradewegs in den Wald, um sich vor den Menschen zu verstecken. Einsam hockte es sich auf eine dicke Baumwurzel und begann bitterlich zu weinen, als es plötzlich ein Rufen vernahm. Lu-Hu, halte es durch die Zweige. Als das Mädchen aufschaute, sah es in den Ästen eines Baumes einen Lu-Hu sitzen. Blinzeln fragte er, warum weinst du denn so bitterlich? Weil ich keinen Namen habe, gab das Mädchen zur Antwort. Meine Eltern sind nämlich arm, so arm, dass sie mir nicht mal einen Namen geben konnten. Denn Lu-Hu dauerte das arme Ding, das weinend dort auf meiner Wurzel saß und sprach, Weißt du, ich mag es nicht leiden, wenn ein so junges Ding wie du heiße Tränen vergießt, oder doch froh und munter sein solltest. Mein Name ist Lu-Hu. Und wenn ich dir meinen Anfangsbuchstaben schenke, so heiße ich Uhu, und das ist noch immer gut genug. Da heiterte sich die Miene des kleinen Mädchens auf. Es bedankte sich artig für das L, und glücklich, dass die Kleine nun nicht mehr ganz so traurig war, flog der Lu-Hu, der fortan nun ein Uhu war, davon und war schon bald nicht mehr gesehen. Es dauerte gar nicht lange, da kam ein Eigel des Weges. Als er das Mädchen erblickte, hob er die Nase und sagte, Dich habe ich noch nie hier gesehen. Verrat mir deinen Namen, damit ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Einen Namen habe ich nicht, gab das Mädchen zurück und erzählte dem Eigel seine Geschichte und auch, dass der Lu ihm seinen Anfangsbuchstaben überlassen hatte und fortan nun ein Uhu war. Nun, wenn das so ist, ließ sich der Eigel davon nehmen, dann will auch ich nicht geizig sein. Ich werde dir ebenfalls meinen Anfangsbuchstaben schenken. Das Mädchen bedankte sich artig, und glücklich, der Kleine geholfen zu haben, lief der Eigel, der fortan nun ein Igel war, flink über den Waldboden davon. Als es nun Mittag wurde, lugte ein Fnux hinter einem Baumstamm hervor, zog seine Augen zu Schlitzen zusammen und starrte auf das Mädchen, das noch immer auf der Baumwurzel saß. »Du da«, sagte der Fnux schließlich und trat hinter dem Baum hervor, »weißt du nicht, dass der Wald den Tieren gehört? Was also hast du hier zu suchen?« Und wieder erzählte das Mädchen, dass es von zu Hause fortgelaufen sei, weil es keinen Namen besitze, und er erzählte auch von dem Luhu, der jetzt ein U war, und dem Eigel, der nun ein Igel war, und dass beide ja den Anfangsbuchstaben ihrer Namen überlassen hätten. »Schön dumm sind die beiden gewesen«, höhnte der Fnux, »wie kann man denn bloß den Anfangsbuchstaben seines Namens hergeben, hä?« Dann aber reute ihn, was er gesagt hatte, und dass er das Mädchen, das nicht für sein Schicksal konnte, so grob und böse angefahren hatte. »Weißt du, ich will dir auch einen Buchstaben schenken. Von meinem Anfangsbuchstaben mag ich mich nicht trennen. Der gefällt mir nämlich sehr gut. Wenn du aber willst, so kannst du von mir den zweiten Buchstaben haben.« Das Mädchen bedankte sich artig, und erstaunt, wie leicht es ihm gefallen war, so einfach etwas herzugeben, lief der Fnux, der fortan nun ein Fuchs sein würde, durch das dichte Unterholz davon. Nicht lange nachdem der Fuchs verschwunden war, erschien majestätisch ein großer Hirasch und entdeckte das Mädchen. Verwundert blieb er stehen und fragte es nach seinem Namen. Und wieder berichtete das Mädchen, wieso es in den Wald gelaufen war, und erzählte auch von ihren Begegnungen mit dem Luhu, der jetzt ein Uhu war, von dem Eigel, der nun ein Igel war, und von dem Fnux, der fortan Fuchs, gerufen wurde. »Mir geht es wie dem Fnux, mein Kind«, erzählte Ernst der Hirasch. »Von meinem ersten Buchstaben mag auch ich mich nicht trennen. Aber einen Vokal will ich dir gerne überlassen. Ich schenke dir darum das A.« Überglücklich begriff das Mädchen nun, dass es endlich einen Namen hatte, denn vom Luhu hatte es ein L bekommen, vom Eigel ein E, von dem mürrischen Fnux ein N und von dem großen Hirasch ein A, was zusammengenommen Lena ergab. Endlich besaß es einen Namen. Artig bedannte sich das Mädchen bei dem Hirasch, der fortan ein Hirsch war, und lief froh und überglücklich nach Hause zurück. Und wenn ihr euch nun fragt, weshalb es unter den Tieren keine Kameise, keinen Firosh und auch keinen Schmäuterling gibt, dann liegt es vielleicht daran, dass auch andere Kinder von den Tieren des Waldes einen Buchstaben geschenkt bekommen haben.